Hallo Deutschland, ich heiße euch herzlich willkommen Wir sind weh zum Mess, jeder Track ist von Herzen gekommen Wir machen Party mit euch, wir geben Gas in den Klo Also kommt her, stürmt die Fläche, macht mal Party mit uns Hey Leute, willkommen zu einem neuen Park von Let's Play League of Legends Ich spiele Hihi, Hadorans Klingel Wir haben im Team ein Twitch und ein Talon Gegner im Team Organa, Wukong und Cassio Paya Ähm, ja, ich habe jetzt mein Fernseher angemacht mit Viva an, dass ihr Hintergrund ein bisschen Musik habt Das ist nicht so langweilig für euch ist Om nom 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 Fail Oh, Twitch hätte ich auch mal wieder Bock, Alter Das nächste Mäste, das scheint mir Twitch zu spielen Twitch ist geil, Twitch ist lustig, Twitch macht Spaß Werden wir Weltmaß da sein Woher ist das so schlimm, wenn es sich jetzt in der Welt laufen hat Jetzt geben wir auch noch Nein, 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 gar nicht so sagt ja das war gar nicht so gut das ist voll das scheiße Team da wir alle Laulife Jams das ist richtig blöd ja das müssen wir ändern ich brauch nur mein Itembild und dann geht das voll ab ja und aber ich will ja dass sie verhandeln haben 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 und der Leidenschaften war ein Land und die ist Weltmeister er will euch fragen und wird so wie die Musik ich hab die Waren ja wie schon gesagt da kommen im Moment die Retro Chasen getroffen hält nach dem Abner ab hallo nur bin ich getroffen du bist so schlecht gegen zwei kommen die ist auch nicht an ja das ist so und schaue Liste Telefon ja was er geht ist denn auch da ist wenn er den Telefon die Klinik ist ganz gekommen ich bin ja dran an und 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 für den auch leck und nicht mehr vorunter das ist er erst und vor allem eigentlich jetzt an der Hand das ist auch für Fladimir Mietz von mir und zu zweitelung zu zweit lang wo ich erst sagen dass eben nun es ist ihnen zuerst fressen man hat aber die Fresse Prozent mit mir die Fresse hat doch mal ein Fresse die fette Fresse Moor Amor Morn Oh, ich will die Morana-Tötern. Das ist jetzt Werbung, weil sonst will ich umschalten auf, ja, Vido oder so, dass ihr Dauermusik habt, wenn man die im Hintergrund hört. Was ich mal hoffe. Weil Werbung wollt ihr auch nicht hören, ne? Würde ich auch nicht wollen, weil Werbung ist langweilig. Ja. Okay, wo sind die ganzen Leute? Ach, da. Hallo, bist du der kleine Affe? Bist du da? Hast Du gehört, ne? Oh-oh eh eh Ich kann nur, was ich kann. Bär Bär, Bär realiziert, Bärin, Bären Chien, Sei-K�ובa Solengeld court Beinen Schien das, Bio Chiene des, auch schon nur des, Also nicht Beine親ies Be Wecker was aber auch wenn bei China nur ein Eifer er wird er hat diesmal ist er der Achtung allein ein an ihm ist auch mal ein bisschen aufpassen und sie werden und beim abband von das war die Augen und beim das ist ein und lasse und das ist und beim war auch ich bin immer kann man und die ja kommen die sagen wenn man jetzt erst die Wichser SS2 okay jetzt ist es die wichtig für die alle kann man und die in der Haare das darf Prozent okay ich halte mal um Blüten ja genau was so voll auswertvoll laut ich hoffe die Musik ist so okay für euch ich weiß aber dass er kenne ich von dem was läuft und dann haben wir noch mal an einem anderen an einem anderen Ort und und ich habe meine die Welt am Ende ist ab dem Bogen gibt es heute zurück Weg, 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 weg Nein, lass es, lieber Twitch Lass mich dafür eine Runde jungen, das ist besser Jungle Action Lass mich dafür Okay, Jungle ist ein bisschen blöd, ich will mein Eifer Oh, das habe ich, oh, jetzt habe ich hier schon schon 2x Hooksgeld oder auch 4 oder andere noch auf 2, das blöd Gut, ich kann mal mein Eifer kaufen Und weg Oh, da wollen wir noch mit Kellen Das ist eine von Bach Ah, das ist einfach cool Warum kann die dann? Mann Töte sie Los entgift Eifer 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 von Morgana, Morgana, von Morgana Kassi Pfeuer, dann hat die Echthilie gemacht Glocken Thorsten Knock Olympia Ampett Hopp Ampett Hopp Ampett Sprung Glocken Fritz Reichen 外 umgeklatscht ja für den und dann aber ich bin so geil ich mal raten was ich das zu spielen in den Zinsen zu kommen an aber noch nicht aufgrund nur hat ein Rettung er wird zu in der Kuh aber er hat der Kiel Prozent aber ich bin zu müssen besser mit ihr als mit Prozent hier auch nicht tot und feinig um ihr wer es auch bei mir er hieß das ist okay auch fünf gegen fünf ist es so gerne wenn ihr endlich ist Prozent wenn man Prozent kleine Tipps und so ich bin gerne offen mit jedoch es war ein Bild schon verdammt geil sicher zu sagen ohne jetzt in der Anzeigener trotzdem verdammt geil ich komme es als erstes Prozent beim Peter da damit ein Locker in Wangen umhauen wenn er es nicht schon macht ich mache das gleich wenn kann ich umhauen ohne Probleme gleich dann Prozent wo ich mir schwarz bei nach dem schwarzen Beil hol ich mir Blutdöster und danach entweder mache ich mein Eifer zur Schattenklinge oder ich hole mir Dornepanzer um einfach mehr auszuhalten und jetzt mal einfach meinen WSR mein E-Skill einmal an und ihr seht schon deshalb ich habe kaum Probleme den und so und ihr seht wie wenig Leben ich verliere es helfen sogar noch das ist noch geiler um dann nach der reihe an einem Arm an einem Arm an einem Arm an einem wie einfach so voll locker die Schilder kommen das meditiert am Runde und auch vielleicht noch gegeben um die umzuklatschen ein habe ich nicht ja mit ihm ist da genug ist gilt weil ich nur noch klatschen kann es ist schon was dafür bleibt rauskommt ein Grund hat viel mehr Leitungs Kurs beim 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 Platsch mit dem Platsch ich denke auch das wird ein relativ schnelles Game wenn ich mein altes Bild vorstellen ich habe es eh für die Gegner so gut sie vorbei da ich dann schon fast dreifach Tötungen kriegen würde einfach mitten ich könnte in die Gegner Menge rein springen wenn ich meine Dings aufgeladen hat das ist mein ein Blutdurst auf wenn der Verlauf geladen ist einfach ein Tom und dann fertig und leider keine Mana ich kann nicht viel helfen ein Dings 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 ja meist will ich habe doch einstes bekommt an einer Liga dass ich ihn dir auch ich wollte man auch das kreft jetzt der German holen oder ich will vorher noch mal an einem es ist schon ich habe nur jetzt mein E-Skill und sich dann der mit russur schon geil und 1 die Welt erorten Talon was wirklich fällt ich kann nämlich nichts machen mit Null Mana okay das war von mir jetzt ziemlich idiotisch okay das war jetzt verdammt idiotisch das war ein Tod der eigentlich nicht hätte sein müssen ihr seht schon mein Itembild ist ein bisschen teuer das ist ein Nachteil daran aber ein Wiss zugeben der Musik ist ja schon ein bisschen geiler oder wenn ich auf der PC auch noch Musik laufen lasse ich glaube das leckt ein bisschen zu sehr das Geile ist, ihr seht mal den FPS hier oben ja nicht die geht immer einmal ja die ist auf 9 wenn hier unten noch auf 8 ist und dann geht die auf 9 und da sind die gleich die eine Sekunde ist die aktueller warum kocht sich man gar nicht als echt Majors heute war einfach nicht gefallen du warst 5 Minuten ich war allein ja ich rede schon mehr viel zu wenig ich werde auf uns gar nicht auf »Hier ich noch mal so? Dann rede ich auch nicht. Braum so, ich rede mir. Da hört man ja manchmal zu. Da hört man ja manchmal zu. Haha. Ich hole Rapper oder wer will den? Ich würde den auch abgeben, da ich ihn nicht unbedingt brauche. Nein, die kriege ich nicht, sagen wir es zu nah am Tower. Komm, tot. Oh, ich liebe das, sagen wir es egal, er tritt es um sich bei einem Gebüsch, ich sehe ihn und wett ich. Oh, fuck, 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 man! Ja, ihr seht schon, es ist am Anfang nicht so einfach mit dem Itembild, was ich jetzt habe, die um zu klatschen, da ich einfach zu wenig live record. Ja, ich habe... Tantalor, ne, aber das Geile ist ja, die bräuchten sich nur einmal Dorans Ring, äh, Dornpanzer zu holen, äh, würden wir alle kaum noch Damage machen, dafür alle, äh, normalen Schaden machen. Softwürcher wird nach ein bisschen damit machen, mit seinem geilen Ding, da dieses... Vergiften, äh, entgiften. Machst du drängen? Ich bin drängen machen. Hast du ehrlich? Ja, mach ich doch schon, tschüss doch mal. Ah, ich habe einen Ass erzählt, oh, wie geil. Ich brauche gar nicht da sein, ich kann noch mal alleine klatschen. Hey, ich will mir erst mal eine Schuss bei einer NGT-Partie ab. Please don't to... Sven... ...I make... ...videos... ...videos... ...youtube... ...dialen, drinnen, oblique... ...dialen, dpendelern... ...dialen, mithil ist... ...dialen… ...dialen...